Erstes Lernvideo, ein Teil, zwei Schrittbrücker, nicht die Christus, gell. So, und jetzt brauchen wir aber vorher eine Einleitung noch. Es gibt jetzt auch wieder mehrere Variationen. Viele spielen es zum Beispiel so mit dem zweiten Finger, gell, da sind sie in der hohen Lage. Mit dem zweiten Finger ziehen. Dann kannst du nicht alles hupfen. Ich schaue halt auch ein bisschen auf den Fingersatz. Ich mag es in der Grundstellung nochmal so. Vierten. Dann hupfe ich einmal. Und da hupfe ich auch nochmal. Dass alles ein bisschen schön aufgeteilt ist. Machen wir es einmal eins und zwei. Und dann gehe ich in die dritte Reihe. Jetzt kommt der Adel, gell. Dritte Reihe, jetzt bin ich in der Grundstellung. Dann tue ich schön drücken. Und den zweiten Finger lege ich ihm um. Und den lasse ich jetzt liegen. Ziehen. Dann bin ich in der Grundstellung. Nachher mache ich einen Gabelgriff und einen Kreuzgriff gemeinsam. Und dann tue ich schon wieder drücken. Alles sind Stufen jetzt. Weil wir noch rutschen. Komme ich genau hin. Dann mache ich weiter. Und dann tue ich weiter rutschen. Und wir sind schon wieder beim ersten Teil. Bei der Wiederholung. Kreuz und Gabel. Drucken. Kreuz, kleiner. Abschluss mache ich jetzt ein Zirchen. Gehe in die Mittellage. Gibt es auch wieder. Viele Wege führen nach oben. Kann ich auch so spielen. Entschuldigung. Hohe Lage. Kann ich auch spielen. Okay. Erstes Lernvideo. Erster Teil mit der Einleitung. Die Zwei-Schritt-Brucke. Joachim wurde das. Puck mal. jumped in die Mutter. Und erster.: Die Zаться. forgotten nicht mehr. Vielen Dank. Das ist schon gar nicht mehr. Ich habe encore mal се э���otyllen. Three-Just zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020